Hi, Sawadee Ka everyone. Ich bin Rose von Roseheorgenichs-Bahenburg. Ich habe meinen lieben Gast, meinen Kunden, schon fünf Jahre. Und dann von Corona-Virus, heute, sie kommen zu meiner Massage. So, bitte hören, was sie gefällt, bitte. Mir gefällt sehr die Entspannung am Anfang, dass ich in die Sauna gehen kann. Und da fühle ich mich sehr wohl. Und dann ist die Atmosphäre sehr, sehr schön hier. Und schon mit dem Beginn wird so das Körpergefühl viel stärker. Dann muss ich gar nicht mehr so viel nachdenken. Und die Massage ist sehr kräftig. Dann werden wirklich alle Verspannungen gelöst. Sehr kräftig. Ich muss immer einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Das ist sehr wichtig, ja. Das ist eine schwere Arbeit. Obwohl, ich mache gar nichts. Ich bin nur da. Das ist, was wir gesagt haben. Wenn wir nicht so viele Verspannungen, Verkriegungen, wir können Erholung machen, dann muss man die Massage entspannen. Aber dein Körper lebt in Massage individuell. Wenn Kunden so viele Verspannungen, bitte nur lassen. Wir arbeiten zusammen. Kunden einatmen und ausatmen. Aber bei Ross weiter. Weiter, weil. Das ist sehr wichtig. Und ich merke bei meinen Fingern, meinen Händen, jeder, das ich gesehen habe, dass ich kann sagen, oh, das ist nicht so gut. Das ist gut. Ich muss Hilfe. Und ich denke, wenn wir zum Infrarot-Sauna, beim Fußball runterkommen, das ist richtig gut, wie wir. Wenn wir kaufen neue Computer, wir auch machen unsere Computer-Virus weg. Ja. Wenn wir möchten, put andere Software. Ja. Sind sie auch. Jetzt wirklich neu. Neu. Alles ist gelöst. Ja, alles ist gelöst. Und dann morgen bitte Übungen dienen. Meditation oder Yoga machen. Weil nach der Massage, heute ein bisschen Mude, das ist effektiv. Und dann, heute Nacht kann ich viel gut laufen. Danke Ihnen sehr. Danke sehr. Vielen Dank. Ja, okay. Alles, vielen Dank. Ja. Tschüss.